Was ist ein Live-Core? Ah! Mini-Zombie! Mini-Zombie! Live-Core? Ähm... Ähm... Wer holt da die ganzen Mops gerade drüber? Was ist los? Ich sehe keinen... Live-Core Ihr folgt Mini-Zombie und ich treff den nicht Oh man... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Dann bist du mal was, Max? Ich war ja grad dran, ich hab gelaggt Wen hast du gelaggt? Dich! Wen hast du gelaggt? Komisch, dass du's nicht gemerkt hast Brauchst eine größere Zunge, glaub ich Ach so, da Weiß man nicht, aber wahrscheinlich wird's was für die Fische sein Dass die länger leben oder unendlich leben oder sowas in Richtung Gottfisch Lebt unendlich Karpagott Ja... Karpagott Karpagott Jetzt bin ich wieder raus, okay, dann kann ich mich gleich noch einloggen Three time loud, ja 5 von 30 stabile Frames Du bist Connection reset Ja, ja, komm Such game Much val Äh, nicht viel Wohl, viel Halt, viel Schmerz. Viel Angst. Objection sustained. Boah, unsere Smeltery überfüllt. Nicht cool. Objection overruled. Äh, kann ich? Äh, wo zapfe ich jetzt am ehesten die Energie ab? Kann ich jetzt einfach direkt an die Redstone Energy Cell dran packen hier, oder? Was denn, wie denn? Da geht doch ne Leitung ab. Ja, wo? Äh. Hier so, beim Wasser? Da wo der Cobblestone ist? Ich muss ja nach da hinten, deswegen. Ah, so. Ach so, du musst da rüber. Deswegen ist es am simpelsten, wenn ich mich eben hier lang baue. Hm. City of the Green Grove. Fertilize. Unten Durchgänge vielleicht? Ah, egal. Zapf dich mal einfach. Cool. Ja, hat irgendjemand Looting auf seinem Schwert drauf, oder was auch immer das ist? Nope. Ich, ich, ich hab grad 1200 Zombies angezogen, die jetzt hoffentlich alle sterben. Ach. Cool. Pink Slime, 590 Millibuckets. Juhu. Ich weiß. Lol, Zombie. Wie kommen die da hoch? Die können da außen rum klettern. Ach, da rum? Okay. Ja, ich baue das mal zu. Vorsicht. Nein. Böses Creeper. Da, wo steht denn der? Dann hab ich hier noch nen Weg zurück, hab ich noch. So. Kommt alle her. Warum? Oh leck, alter. Was? Ja, was machst du denn auch? Jetzt musst du aber schnell weg. Au. Nö, passt. Was macht ihr denn? Pink Slime machen wir. Aber die bekämpften keine gegenseitig. Haha. So, und nicht wie viele einmal sind da jetzt rausgekommen. Gucken. Wir haben immer 590. Das hat mir vorher auch schon. Also nichts gebracht. Wow. Ja, ist irgendwie auch klar, dass aus Skeletten kein Fleisch rauskommt. Vor allem, wenn sie sich alle gegenseitig bekämpfen. Aus Skeletten kommt logischerweise eher weniger Fleisch raus. Kommt nochmal alle her. Tendenziell. Tendenziell. Puff. Na komm, geh an. Wer hat das Lament angeguckt? Nicht ich. Keine Ahnung. Oh, das ist nicht laut. 830. Also das hat es letztens gebracht. Au. Lass sie schießen, dann schieße ich zurück. So, mal aus dann. Oh, einige Perlen sind fertig. Sehr gut. Und? Was machen die? Außer Perlen sein? Perlen sein. Perlen. Na, was können die? Perlen. Ne ehrlich, was können die? Ja, Perlen. Kennst den Ausdruck nicht? Wasser perlt. Ja, das schon. Aber ich glaub dir das nicht. Ne, man kann die enchanten und dann können die saugeile Enchantments kriegen. Das ist der einzige Grund dafür? Wow. Hm. Ja, mach erstmal einen Enchantment-Table, den du nicht hast. Ja, das geht ja schnell. Zu kompliziert. Ich weiß aber noch nicht genau, was da welche Auswirkungen hat. Die gerade einfach überall Enderman sind, ne? Hm. Eigentlich sind es nur drei. Wenn ich die Line wirklich hier runter lege, brauche ich mehr Conduits. Aber das ist egal, wir haben ja unendlich Kram. Wie viele Kühe haben wir momentan? Kann man sich da einen von nehmen, ja. Dann lege ich die Conduits hier wirklich einfach schlicht und ergreifend unter der... Unter der Dings hier durch, ne? Gibst du mir zu? Ja. Gut. Bäh. Ähm. Gut, dann mach ich jetzt aber sicher rein, indem ich mich von der unteren Plattform hocharbeite. Weil von oben nach unten mit Wasser arbeite ich unglaublich ungern. Hm. Wir haben ja zum Glück schon eine Plattform da drunter, also. Ach ja. Ist das alles halb so wild? Oh, Creeper. Mhm. Ja. Oh, hier sind Schafe und Hühner bei mir, hinten gespawnt. Nice. Wir sind so sehr ein Huhn nur. Ach, wenn schon mein kleiner Finger hab ich vom Schiff gedrückt halt. Ach. Ist mir auf die Nerven. Ja. Der Enderman. Achso. Ah. Hier ist... Hier ist der... Kann ich... Kann ich hier unten einfach gleich anschließen? Hier ist doch schon ein Loch im Boden. Ich glaub ich schau mal. Eben. Hier unten an der... An der... An der... An der Mob-Schlachterei, ne? Ja. Aber jetzt schon. Hier ist ein Loch gerade. Hier ist ein Conduit. Kann ich hier ganz gleich anschließen? Ja. Sollte gehen. Dann baue ich mich jetzt hier lang. Ja, da ist ein Daktus mal da dran. Ja, das geht. Sind die Sigils eigentlich... Ne, die sind nicht mal... Äh, Manual. Okay. Gut zu wissen. Bei Conduits traue ich mich nicht mit Shift-Click zu arbeiten. Sag ich nur. Puh. Die sind dafür zu sketchy. Zu sketchy. Ah, ja. Was? Passt doch. Äh, ist gut. Haben wir noch irgendwo Leder? Ne, ne? Nicht da, wo du's willst. Äh. Ah. 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 Nämlich auf meiner Rüstung. Mhm. Was hast du denn jetzt gedacht? Also ehrlich. Kann man die irgendwie... Ne, kann man nicht, ne? Wir haben keinen Uncrafted-Table. Schade eigentlich. Ich verwende die Rüstung nebenbei auch. Haben wir bestimmt noch irgendwelchen Leder-Kramen? Nein. Nicht. Okay. Haben wir noch eine Glas-Pan? Äh, nein. Auf der ganzen Welt keine. Doch, ich... Also, also Clear-Glas-Pan vielleicht. Dann musst du fragen. Ein Clear-Glas-Block habe ich hier. Clear-Glas habe ich auch noch, aber... Paint auch noch. Da war die Glas-Fasch. Okay. Cover. Hm. Also du meinst, wenn du... Wenn du... wenn du... wenn du... Paint von normalem Glas brauchst, haben wir nicht mehr. Und was ist mit Clear-Glas-Paint? Also... Wirkliche Paint kann ich auch... Ich bin nicht im Weg, wenn ich hier... ... hier abbauen will. Hm. Gut, dann kraft dich. Mal das und Silber... Gleich fertig. Ja, ist gut. Ich sammle eben momentan erst die Sachen, die ich noch brauche. Plastik-Sheets, das passt ja. Es fehlt jetzt nur noch ein Stück Leder. Orgs. Kannst du den Cobblestone mitnehmen und mich hier weiter lang bauen? Okay, man braucht doch Vanilla-Glas. Ja, das war mir klar. Wofür eigentlich? Äh, den Mirror. Mhm. Mhm. Ich fahr gar nicht aus, was du den Mirror willst, ne? Mirror B. Ja. Was? Wir haben so viele Referenzen zu anderen Spielen schon gemacht, dann wird dir wohl nicht fehlen dürfen. Ist alles in Ordnung, ja, ja. Wenn jetzt irgendwer kommt, wer ist Mirror B, den haue ich. Dann frage ich lieber nicht. Ich auch nicht. Ebenso. Du hast unser Display nicht gesehen. Ich war dabei. Und ich weiß nicht, wen du meinst. Was soll was heißen? The Queen. Auf Englisch. Ja. Das haben wir, darüber haben wir geredet, als wir ein passendes Bild gesucht haben. Dass der auf Englisch Mirror B heißt. Darüber haben wir geredet. Ach so. Da hatten wir uns natürlich auch alle dran. Du schon. Nebensächlichkeiten. Und das haben wir, glaube ich, auch in meinem Video erwähnt. Ja. Wie war das hier? Selektives Gedächtnis und so? Mhm. Alles da. Zumindest das, was ich brauche. Aha, und das brauchst du jetzt nicht, oder wie? Ne. Mirror B ist wichtig. Boy, den wirst du nochmal bekämpfen. Yay, Spiegel. Ja. Ja. Das will ja keiner mit anfangen. Was ist denn dieses komische Industrial Apiary? Hab ich noch nie gesehen. Ja, die war halt, ähm, Pflicht, Quest-Item. Hab ich einfach schnell gebaut. Hm, das sieht kompliziert aus. Was? Das ist Industrial Apiary. Hast du es einfach hingestellt? Ja, hast du. Ja, und brauchst Energie. Always on. Not enough power. Ja, das ist wirklich... Keine Ahnung, wahrscheinlich zwingt das die Bienen mit Elektroshocks irgendwie Bienchen und Blümchen zu machen. Mhm. Wieso ändert sich mein Arm eigentlich, wenn ich auf Hopper und oder Item-Ducks steige? Fuck. Bruder, zeig mal. Ah, ich... Ich seh grad schon. Aber jetzt ist es wieder normal. Ach ne, das ist, ähm... Komisch. Hatt ich aber auch grad. Der Winkel hat sich geändert jedes Mal, wenn du mit deinem Cursor direkt aufm Block zeigen konntest und wenn du in die Luft geschaut hast. So viel hab ich in der Kostenzeit schon mitgekriegt und das hat sich jetzt wieder geändert. Okay. War bei mir auch grad so. Absolut seltsam. Ähm... Ich brauch mehr Convert, genau. Ich brauch mehr Convert, genau. Wieso ist hier unten Lapis drin? Lapis gehört da hoch. Weil du das ganze Elektrum rausgenommen hast, glaub ich. Hab ich auch. Ja, deswegen ist das Ding jetzt da frei unten. Elektrum war Gold und Silber zusammengepackt, ne? Ja. Eins zu eins mein ich. Ja. Muss ich das jetzt eine Smattery machen oder geht das auch immer mit Induction-Furnace? Äh... Geht auch mit Induction-Smatter. Okay. Mach ich einfach mal ein Stack davon. Okay. Den wir eh brauchen. Ist doch so. Brauchen. Ist das Silber? Ja. Au. Sorry. Das tut dir sehr leid, ich weiß. Ja, oh ja. Und jetzt brauchst du eine Induction oder wie? Ja. Grrrr. Vier... Acht, so. Du kannst die Sachen vorher erst rausnehmen und umverwenden, wenn du unbedingt willst. Okay. Wer hat mich angeschossen? Das Skelett hatte ich von unten, glaub ich, gesehen. Irgendeins. Wenn da eins war. Ich hab den nicht angeschossen. Ich hab keinen Bogen. Ich will bloß nicht runterfliegen. Wär ungünstig, ja. Also hast du mich angeschossen. Was? Nö. Doch, er hat nen super Bogen. Er hat... Außerdem hört man, du kannst nicht gut lügen. Ja, man hat's sofort rausgehört, gell. Schlimm mit dem. Du musst doch auch wissen, wieviel Schaden er macht. Anderthalb. Definitiv nicht genug. Selbstgekraftete Bogen machen immer anderthalb Schaden aus irgendeinem Grund. Gekraftete? Ja, sorry, ich hab das gar nicht rumgekriegt. Was glaubst du, warum Markus und ich unsere Bogen auch wieder weggelegt haben? Weil sie scheiße sind. Eben. Auch wenn deiner schön hübsch aussieht. Boah. Mit nem Bogen und nem Pisten macht so viel Sinn, weil das den Pfeil so stark verstärkt. Ja. Ja, das ist doch praktisch so ne... So ne Abbrussplattform. So ne Abbrussplattform. Weil Logik. Ja, so Raketenpfeile. Viel Schwung. Achso, es ist wieder Nacht. Haha. Vielleicht kriegen wir diesmal genug Pinkenschleim. Wer macht hier Barrels kaputt? Wieso fragst du? Weil jemand Barrels kaputt macht. Wieso sollte ich? Das seh ich. Ich hab ein Barrel abgeschlagen, das war leer, das hab ich selber gesetzt. Nebenbei. Achso. Wenn dir angezeigt wird, oh mein Gott, der hat nen Barrel kaputt gemacht. Fresse, das war ich. Fresse, das war ich. Entschuldigung. Kommt alle her, ihr Zombies. Entschuldigung. Oder braucht er wirklich Farmland auf dem Kopf von dem Teil? Nee. Obwohl, warte, der Planter funktioniert glaub ich bei Salat gar nicht, weil Salat wird ja beim Abbauen nicht ganz kaputt gemacht. Na doch. Das ist, äh, hier Dings Kirchens da. Fisch Killmott auf Rechtsklick. Auf Rechtsklick ist es leider auch weg. Ja. Ähm. Worauf kann man das pflanzen? Hm, was denn? Auf normalen Farmland, oder? Oder? Eigentlich schon, ja. Warum klappt das dann nicht? Weil du hast dir eine komische Anforderung gestellt. Hast du Energie? Ja. Du musst die Flüssigkeiten ab und so weiter. Oh nein, das nicht. Aber das nur beim Harvester, weil der, ähm, Planter braucht keine Flüssigkeiten. Der Planter ist so fertig. Ich weiß, äh, der braucht irgendwas. Äh, oh. Brauch's ja. Obwohl, das ist ein Filterflüssigkeit, deswegen ein Filter nicht. Deshalb hab ich raus zum Klappen. Komisch. Äh, komm YouTube, erkläre mir den Harvester, den Fe- den Fehler meine ich den. Ich weiß, was ich meine, ist okay. Leider. Du weißt, was du meinst. Puff, puff, puff. Puff, puff, puff. Äh, puff. Puff. Das ist darüber noch, wer lacht, ist eigentlich was Schlimmes. Ne, ich lach gerade über diese Katastrophe, die sich ja entfaltet. Das ist das Gretchen schießen, das sind gegenseitig ab. Irgendwie Zombies dazu. Äh, nein, Endermen können auf die Wahn gehen, das ist ja doof. Ja, logisch. Also sie, können sich drauf teleportieren, so mach ich das. Ja, klar, logisch. Das ist doch doof. Ja, du bist doof. Jetzt muss ich quasi über die ganze Strecke noch ein Cobblestone-Ding ziehen. Ja, oder Glas, weil's cooler ist. Ja, dann mach ich Glas, hast recht. Glas-Paints reichen hier. Hast ja noch da einige. Stimmt, Eugen. Ich könnte die ganze Bahn mit Panes verkleiden. Ich überleg, kannst kann man auf Panes nicht eigentlich auch Rails stellen? Du könntest die ganze Bahn aus Panes machen. Hau ab. Ich geh nach Hause, ey. Okay. Ich bin schon zu Hause nebenbei. Nein, bist du nicht. Du bist bei uns. Du bist in deinem Keller. Das ist bei dir in meinem Zuhause, ja. Das meinst du, ja. Perfekt nachgebaut. Ist von Mindfactory, war das, ne? Der Keller? Ja. Ja. Nicht Mindfactory, ah YouTube, bitte. Oh man. Der... Platter. Sicher? Ja. Gut. Wollte noch sicher gehen. Na komm. Gott. Dass es auch dauernd regnen muss. Na? Voll deprimierender. Die anderen werden ganz wahnsinnig. Ich schalte euch Leute mal kurz stumm für mich, ne? Was ist das denn? Nein, das ist nicht. Oder ihr seid einfach kurz ruhig. Ne, das wäre halt blöd für 10 Minuten nicht zu sein. Ansonsten mach ich kurz... Ja, das mach ich nur, weil ich jetzt der... dem... dem Video kurz zuhören will. Jaja, das sagen sie alle. Sag ich auch. Deswegen hör ich euch gleich mehr. Gleich nicht mehr. Schon okay. Schon okay. Wir können damit leben. Okay. Wir können das Video wiederholfen. Jetzt ist das Video. Lächelt sich bei den Kernformen zu Model.